Hallihallöchen Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Heute im Test haben wir die No 4 Fächerbatterie von Xplode. Ich kenne die Batterie nicht, ich habe keine Videos dazu gesehen, ich weiß nicht was das Ding kann, aber als ich die Fächerung gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, das Teil nimmst du mit, weil das sieht ja wirklich krank aus. Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich eine Art von Double Deck, aber ich weiß es nicht, wie gesagt, von daher gehen wir ins Test wieder rein und viel Spaß mit dem Video. Alter, was ein kleines Ding. Boah, geil. Boah, geil.